Bundeskanzler Olaf Scholz, der setzt heute seine Sommerreise durch Brandenburg fort. Er sieht im Ausbau von erneuerbaren Energien und der Stromnetze einen Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Dadurch, sagt er, werde auch die Stromerzeugung in Deutschland billiger, geäußert hat er sich im ZDF-Sommerinterview. Ja, er klang da sehr überzeugt, wie ja meistens. Das Problem ist dabei nur, anders als Wirtschaftsexperten und Ökonomen sieht er keine Schwäche in der deutschen Wirtschaft. Auch SPD-Chefin Saskia Esken, die klang ja da ganz ähnlich neulich und sprach davon, dass man die deutsche Wirtschaft gar nicht in eine Depression reinzureden braucht. Achim Unser über die Hintergründe. Auf seiner aktuellen Sommerreise macht sich der Kanzler vor Ort ein Bild über unsere Wirtschaft. Dass es um diese schlecht stehe, will Olaf Scholz nicht gelten lassen. Es laufe bald wieder besser. Ausländische Firmen, wie zuletzt ein taiwanischer Halbleiterproduzent, kämen schließlich nicht nur wegen der Subventionen nach Deutschland, der Staat ihnen zahlt. Das ist eine bewusste Entscheidung dieser Unternehmen. Wir sind nicht wegen der Subventionen, die es auch anderswo in der Welt gibt, gekommen. Wir dürfen auch gar nicht mehr machen, als was sie in anderen europäischen Ländern auch gekriegt hätten. Der Kanzler bekommt allerdings immer wieder zu hören, dass die Energiekosten in Deutschland zu hoch seien. Dadurch sei Deutschland als Wirtschaftsstandort zu teuer. Der Strom müsse für die Unternehmen vergünstigt werden, fordert deshalb auch die SPD-Chefin. Wir brauchen, ich habe es gesagt, eine aktive Wirtschaftspolitik. Wir müssen in Infrastruktur investieren und wir müssen für die Industrie und übrigens auch für den Mittelstand, der eben auch von Energiepreisen abhängig ist, einen Brückenstrompreis ermöglichen. Dauerhaft könne man Strompreise nicht subventionieren, meint aber Olaf Scholz. Aufgabe der Politik sei, das Stromangebot zu verbessern, zum Beispiel mit Windrädern. Der Kanzler will, dass bis 2030 vier bis fünf Windräder pro Tag an Land gebaut werden sollen. Doch bislang ist das eher ein Wunschtraum. Branchenvertreter klagen über die lähmende Bürokratie. Verkehrsminister Volker Wissing verspricht Besserung. Wir tun alles, um den Kollegen Habeck dabei zu unterstützen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen. Wir führen gute Gespräche, um überall dort, wo wir Bürokratienlasten abbauen können, diese auch abzubauen, damit die Genehmigungen schneller erteilt werden können. Auf den Prüfstand soll auch das kommen. In Regionen mit viel Windkraft sind für die Stromkunden die Netzentgelte besonders hoch. Eine Regelung aus den Anfängen der Windenergie. Deshalb schlägt Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, vor, das jetzt fairer zu gestalten und die Preise dort zu senken. Bayerns Ministerpräsident Söder ist allerdings dagegen. Bayern hat bislang kaum auf Windkraft gesetzt. Besprechen wir das Ganze nochmal, Dorothea Schopelius, für uns vor dem Kanzleramt. Dorothea, guten Morgen. Scholz im Sommerinterview und man muss sagen, wie immer, alles perrte an ihm ab, alles war wunderbar. Eine Spur von Selbstkritik war nicht zu finden. Das ist ganz richtig. Äußerst selbstbewusst redet er die Probleme des Landes klein. Das kann man wirklich nicht ganz anders sagen. Erst im Juli hat der SPD-Politiker ja gesagt, er stehe erst am Anfang seiner Kanzlerkandidatur. Er geht also davon aus, dass er wiedergewählt wird. Und ganz in dem Tonus ist er jetzt auch auf dieser Sommerreise unterwegs und reagiert so auch auf jegliche Nachfrage. In dem Sommerinterview mit dem ZDF, da wurde er auf das ZDF-Barometer angesprochen. Laut dem sind nur 21 Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass er durchsetzungsfähig ist. Und 73 Prozent der Deutschen halten ihn für nicht durchsetzungsfähig in seiner eigenen Partei und als Kanzler. Darauf antwortete Olaf Scholz nur, dass diese Diagnose nicht zutreffend sei. Und er sehr gute Entscheidungen getroffen habe in den letzten Monaten. Auch die Umfragewerte der AfD scheinen ihn momentan zumindest noch nicht zu sehr zu beunruhigen. Er selbst hat ja jetzt schon mehrfach die Prognose abgegeben, dass die AfD in der nächsten Bundestagswahl mit dem gleichen Ergebnis rausgehen wird wie in der letzten, also mit ungefähr 10 Prozent. Damit müsste sie sich halbieren und auch auf Nachfragen, woran es denn liegen könnte, dass die AfD so weit vor der Kanzlerpartei liegt, äußert sich Olaf Scholz zumindest bisher noch sehr gelassen bis gar nicht. Ich meine, immerhin, er bleibt zwar immer bei seiner Meinung, aber er stellt sich ja durchaus den Fragen auch der Bürgerinnen und Bürger. Was steht denn da heute zum Beispiel bei seiner Sommertour auf dem Programm? Olaf Scholz ist ja weiterhin unterwegs in Deutschland. Olaf Scholz macht sich auf dieser Sommerreise seine Markenkernthemen wieder zu eigen. Das ist Energiewende und Klima. Er besucht zum Beispiel eine Energieindustrie oder ist auch am Sedina See unterwegs und spricht dort über die Probleme des Wassermangels. Es fallen allerdings zwei Dinge hier auf, die ich einmal ansprechen möchte. Obwohl der Kanzler die AfD-Umfragewerte derartig kleinredet und nicht als Problem bezeichnet, ist er in den vier Orten unterwegs, wo die AfD am stärksten ist, und zwar in den östlichen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Er ist nicht in Bayern und Hessen unterwegs, wo er Landtagswahlen ansteht, sondern eben genau da, wo die AfD die stärkste Kraft ist. Das könnte also einen vermuten lassen, dass er doch nicht ganz so gelassen und entspannt mit den Umfragewerten der AfD umgeht, wie er es an den Tag legt. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass der Bundeskanzler ein großes Thema, was von der Bevölkerung als Hauptsorge momentan in den Umfragewerten angegeben wird, ignoriert. Und das ist die Migrationskrise. Wir erinnern uns, Friedrich Merz, auch auf Sommerreise gewesen letzte Woche, hat die Grenzpolizei in Bayern besucht, sich das also zum Markenthema gemacht. Das heißt, Olaf Scholz besucht weder ein Flüchtlingsheim noch die Grenzpolizei noch die Bundespolizei. Das heißt, gerade die Bundesländer, wo er unterwegs ist, die östlichen Bundesländer, das sind Bundesländer, wo die Ministerpräsidenten seit Monaten Grenzschutz fordern und die Kommunen über Forderung anmelden. Trotzdem macht er sich das nicht zu einem wichtigen Thema, zumindest nicht wichtig genug, dass ein Besuchspunkt auf seiner Liste steht. Das ist etwas, was auffällt. Das ist auch wieder etwas, was eben von ihm klein geredet wird. Im Sommerinterview vom ZDF ist er darauf auch direkt angesprochen worden und hat nicht konkret reagiert. Also allgemein bleibt er sehr allgemein, ist sehr gelassen und legt eine sehr positive Haltung an den Tag. Und hat eben auch jetzt wieder auf dieser Sommerreise erwähnt, dass er glaubt, dass das gute Entscheidungsfinden dieser Regierung, der Ampelkoalition dazu führen wird, dass sie wiedergewählt werden. Und zwar auch mit sehr guten Umfragewerten. Dorothea, danke dir erstmal. Du begleitest ja den Kanzler heute bei seiner Tour in Brandenburg. Danke für die Einschätzung für den Moment. Vielen Dank.